Ja hallo liebe Freunde im YouTube Pro Forum, hier bin ich, Winfreak bzw. Thomas mit meinem Samsung C3O und das ist eine sehr coole Anschaffung gewesen, hat zwar auch 190 Euro aus meinem Geldbeutel verschlungen, aber was soll's, es ist ein gutes Mikrofon, man hört hier die Audioqualität, ich habe einen Popfilter davor, also es sollte wenigstens ein bisschen was bringen, weil es ist der billigste, den ich gefunden habe, einer von K&M, also König und Meier, nicht K&M Elektronikhandel und außerdem, ja das Mikrofon hat eine ansprechende Qualität und ich wollte das einfach mal demonstrieren und als Audio-File zur Verfügung stellen. Die Charakteristik, die ich eingestellt habe, ist die 8er Charakteristik, heißt ich rede seitlich in eine Mikrofonfläche. Ja, das einzige, woran es noch hapert, ist der Ständer, der Ständer, der Ständer, der Ständer, der mag das Mikrofon irgendwie überhaupt nicht, ich kann den Stern nicht so ausziehen, wie ich will, deswegen bin ich gerade am ganzen Rand vom Schreibtisch, ähm, denn das Mikrofon sind deutlich zu schwer, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Jo, das war es auch schon für die kleine Testaufnahme. Bitte beachtet, dass hier bei mir ca. 2-3 Rechner in einem Zimmer laufen und wie das hier mit den Neuses ist. Ich lasse dazu jetzt einfach mal ein bisschen frei. Genau, und jetzt, ähm, wie gesagt, beachtet das mal. Schaut euch einfach mal an, zieht euch rein und, äh, ja, das war meine kleine Testaufnahme für euch. Danke sehr für die, die mir geholfen haben, äh, eins rauszusuchen. Ich werde mir doch kein Podcaster mehr kaufen. Und jetzt zum Abschluss werde ich noch ein wenig in Englisch reden. So, das hier war ein bisschen Audio-Test für die Samson CO3U und es ist ein tolles Mikrofon, aber, ja, es kostet viel. Es tut wirklich. So, äh, das ist es für diese little Test-Recording, ich werde für die YouTube-Pro-Forum und, äh, ich hoffe, dass ihr die excellenten Qualität, die es produziert von diesem Mikrofon. So, see you later in the Forums, bye.